Wie der Klub abgestimmt hat, wird nicht wirklich öffentlich gemacht, aber es wird trotzdem durchgesickert. Bilds für Ripsupeliak eine Reaktion auf der 2-0-2-3-2-4 besteht. Die oberste Schweizer Profifuss 1-2-Stadtbüscher 1-0-Klub, zudem gibt es Playoffs um Titel Europa-Kaplätze und Relegation. So funktioniert die Paradigmenreform im Schweizer Fußball-Videosa. Die Pattern-Revolution mit 1-6-4-Stimmen angenommen lediglich die Young Boys der FC Zürich, der FC Luzern und der Changelier-Geklub-Kunst-Dimpen-Dagen-Reaktionen auf eine solche. IGA auf 1-2-Mannschaften, da die seine lange Sehnt-Neuerung im Schweizer Fußball darstellt, aufgrund der Schwierigkeit mit 1-2-Mannschaften ein perfektes Modell für alle Interessensgruppen zu schaffen, sind die Liga und ihre Gremien an wofeinander abgestimmt mit dem Rester. Liga-Ausschuss ist zu unterstützen und für das mehrheitlich getragene Modell zu stimmen, damit dies Neuerung die Wettbewerbsbalance innerhalb der 2-0-2-3-2-4 mit Weiteren-Klubs die Zukunft des Schweizer Fußballs zu gestalten. Der Zürcher Fußballverein-Vorsitzende Ranzi Lopnipar wich bereits chinesischen Superliga auf, 12 Klubs und die Einführung eines Meisters oder ab. Die Zürcher Fußballverein-Vorsitzende Ranzi Lopnipar